Die Pranklinien sind gut. Das ist schon mal die Ticke. Die Ticke rauschen und die Ticke. Die Ticke rauschen und die Ticke rauschen. Die Ticke rauschen und die Ticke rauschen. Wann spielen wir denn, Michaela? Nach dem. Nach dem spielen wir. Also in 7.9. 9.9. Hey, komm! Ja, hoffentlich! Keine. Na, du. Na, du. ASt. 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 Da haben wir als Bein. ASt. ASt. Ich habe gerade gesagt, da warst du da schon da und nicht 3 oder 4 Minuten. Du kannst ja auch die Kerryfoy bleiben, die Streitkarte. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.